Liebe Faustballfreunde, herzlich willkommen zum 34. Wedding Cup hier bei uns im Berlin Wedding. Bei diesem Jahr nicht ganz so gutem Wetter, aber ich glaube das ist für die Faustballfamilie auch nicht so richtig. Wir sind heute, wie man sieht, eine bunt gemischte Mannschaft und mit dieser Mannschaft treten wir heute an in der offenen Männerliga. Mit dem 2.10. Großen Aspern fällt die Neufrauen-Bundesliga. Wir sind das Team WIVAK und zwar kommen wir aus Siemersdorf und aus Wagendorf. Wir sind glaube ich alle seit 2.14 Uhr hier beim Wedding Cup, also auch schon in der Jugend hier gewesen und haben uns letztes Jahr quasi gefunden, weil wir beide zu wenige waren. Und haben dann hier zusammen das Turnier bestritten und haben danach eine Spielgemeinschaft gegründet, mit der wir jetzt in der Halle in der 2. Liga gespielt haben. Wir sind die Sportsfreunde von Moses Feen. Wir spielen dieses Wochenende mit Wadenburg zusammen und wir haben uns zusammengeschlossen. wir spielen 1. Bundesliga und Wadenburg spielt im Moment 2. Bundesliga. Wir wollen uns hier ein schönes Wochenende machen. Wedding Cup ist immer gut. Nicht nur Profis sind auf dem Platz, sondern auch Freizeitleute wie wir, die sonst im Büro, den Verein vertreten. Sind dann auch mal auf dem Platz dabei und spielen hier ganz klassisch mit. Wir als großen Aspera Sportverein sind jetzt schon das siebte Mal hier dabei. Wir haben schon viele Pokale erreicht. Wir wollen dieses Jahr auch wieder alles geben. Wir haben eine tolle Atmosphäre gehabt heute, trotz des kühlen Wetters. Morgen hoffen wir uns natürlich noch ein paar Grad mehr. Und haben wir trotzdem heute auch tolle Spiele gehabt. Und wenn morgen jemand Lust hat, mal herzukommen, den ganzen Tag sind wir hier. Morgens um 9 geht es los. Es geht so bis 16 Uhr. Im Schillerpark kann jeder gerne kommen. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Bye-bye. 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 Bis zum nächsten Mal.